Als ich heute früh aufgestanden bin, habe ich gedacht, heute schreiben wir Geschichten und es ist uns gelungen. Auf jeden Fall, ich freue mich und ich genieße den Moment, den ich jetzt habe. Es ist einfach, einen Traum zu erfüllen gegangen und unfassbar. Ich wusste, es wäre ein sehr hartes Arbeit, aber ich habe nicht gesagt, es wäre unmöglich. Nichts ist unmöglich, 4. Platz, 6 Punkte, es war unmöglich. Es ist eine Kampagne, jeder kann Fehler machen, wir haben ein sehr gutes Programm gemacht, wir haben ein Gold-Metal-Programm gemacht und wir sind sehr glücklich damit. Ich war gar nicht sauer, also klar, man ist enttäuscht, weil es gehört auch zu dir. Aber auch mein Mann hat gesagt, du siehst aber glücklich aus. Ich sage, ja, weil morgen ist der Tag, nicht heute. Und er hat gesagt, okay, ich bin happy, I feel happy. Und ja, so war das gestern und niemals gibt ab. Also, never give up. birtheskryp forecastsbar. Geben wir da mit 6 Mal, Matter Selberl. Ja, ich bin glücklich. Popöikt-Baden. Ich bin glücklich.